Hier fliegen die Fäuste. Wer sich richtig austoben möchte und dabei Boxtechniken lernen will, ist hier richtig. Bei Boxing Sisters sind Frauen ganz unter sich. Für Frauen ist es oft sehr, sehr schwierig in normale Boxgyms zu gehen. Es sind sehr viele Männer und es ist oft sehr, sehr schwierig dort reinzukommen und sich wohlzufühlen. Und es war eigentlich einfach die Idee, für Frauen eine Safe Space zu geben, um einfach das Boxen zu lernen. Für Frauen ab 18 bis, solange man sich fit fühlt würde ich einmal sagen, also ich habe echt Teilnehmerinnen im Kurs von 18 bis Anfang 50, Mitte 50 würde ich sagen. Alle Fitnesslevels sind willkommen. Genau, also einfach wirklich, dass man auch Spaß daran hat, sich ein bisschen herausfordert und ins Training kommt. Unabhängig vom Fitnesslevel ist hier für jeden etwas dabei. Wir haben Anfängerkurse, wir haben fortgeschrittenen Kurse, also es ist schon getrennt. Ein Anfängerkurs zum Beispiel dauert acht Wochen, ist die Idee dahinter. An und für sich ist das Prinzip so, dass man 16 Credits bekommt. Das heißt, die Idee ist, man geht zweimal in der Woche ins Training, einmal um die Grundtechnik zu lernen und das zweite Mal zum Verfestigen. Genau, und das acht Wochen lang, dann macht man alle Grundtechniken, alle Grundschläge, die es gibt einmal durch, alle Verteidigungsarten und dann hat man quasi die Basics einmal gelernt. Idealerweise, meistens dauert es einfach länger, bis man das drinnen hat, weil Boxen doch technisch sehr, sehr kompliziert sein kann. Je nach Fitnesslevel gestaltet sich das manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Deswegen schadet nie, wenn man es zweimal macht. Man kann eben diesen Acht-Wochen-Kurs buchen, das sind eben diese 16 Credits. Und dann kann man zum Beispiel eine Membership machen wie in einem normalen Gym und kann Training gehen, so oft man möchte. Man kann zu den Anfängerstunden und zu den Memberstunden gehen. Beide. viewed handy per the net-Wochen-Kurs b tumalten auf die Wand, wundere Nachrichten gehen,�ấp auf einer Mutter Und zum denn,에서도 da zu das direkten,